Jeder kennt das. Immer mehr Sender mit immer mehr Inhalten. Und trotzdem finden Sie im Fernsehen nichts, was Sie sehen wollen? Wäre es da nicht schön, wenn es einen Dienst gäbe, der Ihnen genau die Sendungen raussucht, die Sie am liebsten mögen und weitere ähnliche Sendungen empfiehlt und automatisch aufnimmt? Genau das bietet Watchme, der Dienst für persönliches Fernsehen von TV Digital. Ihre persönlichen TV-Tipps jederzeit online. Watchme TV bietet die unschlagbare Kombination für mehr TV-Spaß. Durch einfache Interaktionen – mag ich, mag ich nicht – Kennzeichnungen von aktuellen Sendungen stellen Sie Ihr persönliches Fernsehprogramm zusammen. Watchme erkennt, was Sie interessiert und liefert fortan täglich TV-Tipps, die Ihrem Geschmack entsprechen. Die Mediathekensuche von Watchme. Die Mediathekensuche von Watchme durchforstet neben dem aktuellen TV-Programm gleichzeitig bis zu 500.000 Videos aus vielen bekannten Mediatheken, um Sendungen zu einem Thema Ihrer Wahl zusammenzutragen. Die Mediatheken-Charts zeigen auf einen Blick, welche Sendungen am meisten gesehen werden. Entdecken Sie Sendungen, die Ihre Bekannten und Freunde mögen. Wenn Sie sich mit Facebook anmelden, entdecken Sie außerdem mit einem Klick auf die Freunde-Funktion von Watchme, welche Sendungen Ihre Bekannten und Freunde mögen und empfehlen. Auch so kann man sich inspirieren lassen. SATU Auch bei dem führenden Internet-TV-Anbieter SATU sind die personalisierten TV-Programmempfehlungen von Watchme integriert. Sobald Sie sich über den Internet-Browser in SATU einloggen, erhalten Sie auf der Startseite eine Auswahl an TV-Empfehlungen. Jede Sendung kann mit Gefällt mir oder Gefällt mir nicht bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen generiert Watchme persönliche TV-Empfehlungen, die anschließend direkt über SATU angesehen werden können. Watchme bietet noch viel mehr. Themenkanäle Die Themenkanäle von Watchme bieten Ihnen direkten Zugriff auf ein vielseitiges Angebot an Online-Videos und das kostenlos. Zappen Sie sich durch über 50 Themenkanäle auf Ihrem Smart-TV, online oder auf mobilen Geräten. Mehr als 40 Partner in 11 Kategorien. Weitere Partner- und Themenkanäle kommen laufend hinzu. Persönliche Kanäle Wählen Sie eine Sendung, die Ihnen gefällt und legen Sie damit einen persönlichen Kanal an. Mit Watchme können verschiedene Nutzer beliebig viele persönliche Kanäle anlegen. Nun müssen Sie Ihrem Kanal nur noch einen Titel geben. Watchme schlägt Ihnen fortan Sendungen vor, die Sie auch interessieren könnten und nimmt auf Wunsch alles, was Ihnen gefällt, automatisch für Sie auf. So steht Ihr persönliches TV-Programm immer für Sie bereit. Eine Oberfläche für alle Inhalte. Auf Isio-Geräten von Technisat finden Sie alle Inhalte, die Sie mögen, in einer Oberfläche. Live-TV, Aufnahmen in persönliche Kanäle und Online-Videos in Themenkanälen von Watchme. Gestalten Sie Ihre ganz persönliche TV-Liste und setzen Sie Ihre Favoriten ganz nach oben. Nutzen Sie die Features von Watchme auf verschiedenen Plattformen. Auf dem TV, Online und Mobil. Redaktionelle Partner und Werbepartner. Redaktionen und Markenpartnern bietet Watchme eine innovative Plattform für die Publikation von eigenen Inhalten. Videoinhalte von verschiedener Länge, Imagefilme, Produktvideos oder auch eventbezogene Inhalte können auf einfache Weise in Form eines Themen- oder Markenkanals bei Watchme integriert werden. Die Inhalte der Kanäle werden vom Partner geliefert. Wir stellen für die Verwaltung der Streams oder einzelnen Videos unser eigenes, unkompliziertes Content-Management-System Watchme Channel Manager zur Verfügung. Zusätzlich haben Werbepartner die Möglichkeit, kontextbezogene Video-Ads in den persönlichen Kanälen der User zu schalten. Der Nutzer bekommt so ausschließlich Werbeinhalte zu sehen, die ihn wirklich interessieren. Und Sie als Partner erreichen eine zielgruppenoptimierte Kundenansprache ohne Streuverlust.